Well, seid mir gegrüßt in meinem wunderbaren kleinen Elektronik-Lädchen. Ne, Moment, ich gucke gerade sehr viel hellste Steine. Sorry für die Einleitung, ihr könnt es da rechts oben in die Wand gucken, da haue ich euch einen Link rein. Wer gerne Lego macht, guckt es mal rein, der macht echt gute, coole, interessante Videos und hat auch echt Ahnung von dem Zeug hier. Ich zeige euch heute mal das Fahrzeug. Eigentlich nicht, eigentlich wollen wir auf die Elektronik eingehen, aber ich zeige euch in dem Video erstmal grundlegend, was das Ding ist. Weil das ist ja eigentlich mit Abstand, also Zitat hält der Steine, das ist das schlechteste Lego-Modell, das Lego jemals rausgebracht hat. Ich muss dazu sagen, ich habe ewig lang kein Lego mehr gebaut, das war seit langem wieder mein erstes Modell. Mein erstes Modell. Ich probiere das Video jetzt auch mal ohne schneiden, gucken wie das wird. Es ist total cool, ich finde es total toll. Es hat gefüllte 2 Millionen Zahnräder. Und ich finde es total cool, weil ich finde Zahnräder toll. Und ich habe lang kein Lego mehr gebaut und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich witzig, was das Modell alles kann. Man kann damit echt viel machen, man kann vorfahren, man kann nach hinten fahren, man kann lenken. Weil die Lenkung ist so ein bisschen, naja. Und es geht auch gerade so halb gut, weil ich hier relativ gutes Licht habe. Man kann dann hier hinten umschalten, das zeige ich euch nicht. Dann kann man hier nichts machen, weil er hinten noch nicht eingeschaltet ist. Dann kann man hier so die Stützen ausfahren. Also an sich ein ganz tolles Modell. Bock den aber auch nicht auf mit den Stützen. Man kann mit dem zweiten dann hier am Arm hoch und runter fahren, sieht man eben. Und wenn man den Hebel in die andere Richtung dreht, dann kann man hier das Seil hoch und runter fahren. So ein kleiner Flaschenzug. Also da hat man hier auch so eine, irgendwie, ah jetzt. So ein kleiner Flaschenzug, ist ganz nett gemacht eigentlich. Und mit dem kann man den Arm noch drehen. An sich ein ganz tolles Modell, was unglaublich nervig dran ist. Man hat es jetzt schon gemerkt, Lego 2018. Also wir sind eigentlich schon in einer Generation, wo man das Ding eigentlich mit dem Smartphone bedienen sollte. Aber Lego ist soweit immer noch, dass man mit Infrarot bedient. Also das ist ein Infrarot-Sender und hier oben ein Infrarot-Empfänger. Das Pärchen gucken wir uns das nächste Mal an. Lego bleibt ja weiß Gott wie lang stehen auf der Technik scheinbar. Es hat nämlich auch, oh Gott hält das gut. Es hat nämlich zum Beispiel auch keinen Lithium-Ionen-Powerpack oder sowas drin. Was ich rein theoretisch heute erwarten würde von so einem Teil. Es hat noch so einen Batterieblock drin mit in Summe festhalten. In Summe 6 AA Batterien. Also eine Batterie hat 1,5 Volt. Das heißt, wir haben da irgendwie 12 Volt oder so. Also irrsinnige Spannungen und so. Keine Ahnung, mit was die Motoren laufen. Schauen wir uns das vielleicht auch noch an. Wir packen das Teil jetzt mal zur Seite. Ja auch, so dass man es vielleicht noch sieht. Weil es sieht schon schön aus, finde ich. Es sind viele Teile. Es hat auch mega Spaß gemacht, das Ding aufzuhören. Ich will uns gar nicht schlecht reden. Wir gucken heute mal hier rein, was uns da erwartet. Würde mich mal interessieren. Weil, auch wenn die irgendwie 1960 oder so, würde ich jetzt hier mal sagen, stehen geblieben sind. Man kann es hier erkennen. Die haben hier wenigstens eine grüne LED drin. Und vielleicht ist auch mehr drin. Ich meine, wahrscheinlich ist das nur ein Siebeschalter, ein Vorwiderstand, ein LED und das geht hier auf die Kontakte hoch. Und wir werden gleich mächtig enttäuscht sein, wenn wir es aufgeschraubt haben. Aber wir schrauben es mal auf. In der Hoffnung, dass da irgendwie vielleicht ein kleines bisschen Elektronik drin wäre. Brauche ich dazu aber erstmal einen Flachschlitzschraubendreher, weil die Batterien kriegt man ja so schon mal gar nicht raus. Warum denn auch? Hm? Geht das Ganze irgendwie... Ne? Na, die ist da gut drin. Die ist da richtig unten reingesteckt. Also, das ist auf jeden Fall kindersicher. Also, die kriegen die Batterien nicht so schnell raus. Wobei, Lego-Technik ist da eh erst, keine Ahnung. Ab X Jahren von dem Herrn. Müssen Sie wahrscheinlich da gar keine Vorschriften einhalten. So ist es dann ganz leicht. Es sind wie immer Kreuzschlitzschrauben drin, die für mich ja wieder diesen Ruf des Schraub-mich-Ausüben. Wir öffnen die also mal schnell und gucken, was drin ist. Die Batterien sind immer noch die ersten. Also, ist schon sehr gut bestillt worden, das Gerät. Und es sind immer noch die ersten Batterien drin. Die halten also schon sehr lang, muss ich sagen. Also, es wird zwar auch immer brav abgeschaltet, das Gerät, nachdem man gespielt hat. Aber, sind trotzdem noch die ersten. Also, sind auf jeden Fall... Es wurde viel gespielt, sind noch die ersten Batterien drin. So, wie könnte das jetzt hier auseinandergehen? Ah, bitte zwei Schrauben raus. Und das sieht eigentlich so aus, das Ding, als könnte man es nach unten rausschieben. Der Schalter geht nicht ab. Ähm, der ist, glaube ich, hier eingespritzt und müsste aber innen drin dann auf den entsprechenden Raster greifen. Vielleicht muss man hier kurz raushebeln, dass unten geklippt ist und oben geschraubt. Schauen wir uns mal an. Muss ja so ein bisschen kindersicher, muss ja schon verbaut werden, das Ganze. Also, irgendwo hat es gerade klack gemacht. Es ist definitiv irgendwo verklippt. Oder haben sie nur irgendwo Schrauben versteckt? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich glaube, das mit, ich schneide nicht... Verwerfe ich jetzt in diesem Moment und werde dennoch schneiden, weil es dauert mir sonst zu lang hier. So, haben wir schon. Ah ja, okay. Okay, da oben hängt das Ganze irgendwo noch fest. So, jetzt. Ja. Die Hoffnung war vergebens, würde ich jetzt mal sagen. Aber man kann sich das jetzt mal hier angucken. Schon. Sehr schick gelöst, möchte ich jetzt gerade mal sagen. Also, so von der... Da ist ein bisschen Fett drin, so das Kontaktschmiere quasi. Also, wir haben hier quasi die Kontakte, die die Verbindung zwischen den Batterien herstellen. Und obendrauf haben wir tatsächlich eine Platine. Und da werde ich jetzt ein Foto machen und dann auf dem Foto hier den Text nehmen, wo ich es gerade erkläre. Wir haben hier auf der Platine einmal eine LED drauf. D1, Telego Group, Copyright 2013, also 2013 habe ich das Ding überarbeitet. Wir haben einen Widerstand drauf, der wahrscheinlich der Vorwiderstand sein wird. Und wir haben sogar, erschreckenderweise, einen Kondensator drauf. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die Batterien an sich sind, wenn die so drin hängt, geht hier Plus auf Minus, hier geht auch wieder Plus auf Minus. Die hängen alle komplett in Serie drin. Das heißt, wir haben hier tatsächlich, hier unten ist nix mehr. Wir haben hier tatsächlich 12 Volt. Die hängen alle in Serie zusammen. Ich muss mich gerade hier nochmal rausziehen. Hier unten befindet sich nämlich auch noch was. Und zwar haben wir hier unten noch ein Bauteil drin. Gut versteckt mit so einem Isolierteil zwischen den Pins, weil der ist da komplett lieblos frei drin hängend. Das Teil sieht aus wie ein PTC, Positiver Temperatur, Koeffizienz, Widerstand. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Das wäre quasi ein Widerstand. Wenn mehr Strom fließt, wird der wärmer und erhöht sein Widerstand. Wodurch mehr Strom fließt und der wärmer wird und seinen Widerstand erhöht. Und so weiter. Also quasi. Oh, das muss ich jetzt wieder richtig zusammenbauen. Quasi eine Temperatursicherung. Wenn man jetzt einen Kurzschluss drin hätte, dass der Strom der Batterien nicht dazu führt, dass hier irgendwas schmilzt, brennt, was auch immer. So, jetzt habe ich diese Isolierung aber so reingemacht, dass er nicht zwischen den Kontakten sich befindet. Also Lego, da so ein kleines Stück Schrumpfschlauch drüber, das wäre vielleicht auch nicht so viel verlangt. Oder einfach diesen PTC oben auf die Platine drauf. So wie ich es bei all meinen Platinen mache. Dann müsste ich mich jetzt hier nicht ärgern. Ich kriege es nicht mehr raus, nie wieder. Dann müsste ich mich jetzt hier nicht ärgern mit dem Teil. Genau, ansonsten war es das. Vielmehr ist da nicht drin. Habe ich mir fast gedacht, dass das total unspektakulär wird. Wenn ich jetzt den abbreche, dann habe ich ein Problem. Und zwar ein richtiges Problem. So. Ja Leute, das war es schon. Nächste Woche schauen wir uns den Infrarotempfänger an. Da wird hoffentlich, inständige Hoffnung von mir, irgendwie ein Controller drin sein, der die Infrarotgeschichte übernimmt. Also im Übrigen, dieser Kontaktteil da oben, da ist so ein Lego-Kontaktteil, wo man dann quasi den LKW anschließt, der ist über ein Kabel drauf gemacht. Also der ist direkt mit dem Kabel da damit verbunden quasi und hat dann hier zwei Nasen, wo er einrastet. Eigentlich nett, vom Gesamtkonzept her total nett gemacht, finde ich toll. Und oben eben die Gold-Kontakte, bei denen entsprechend dann dieser Schiebeschalter hier drin, hat man hier so einen Schiebeschalter, entsprechend dann mit diesen Schleifkontakten eingreift. Ja, das war es. Dann schraube ich es wieder zusammen. Wir sehen uns nächsten Samstag. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ciao. Ciao.